Hallo Freunde, herzlich willkommen Safe Game Tag. Sonntag ist Safe Game Tag, jetzt kriege ich den Satz schon nicht mehr raus. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem nächsten Part und zu einem Safe Game, das es in sich hat, weil wir im Jahr 2035 sind. Also ich glaube in dem Jahr ist es das Safe Game mit den meisten Spielzeiten. Ziemlich coole Leistung, also sehr beachtlich auf jeden Fall. Und wir steigen in der Regionalliga West in Deutschland ein, und zwar beim Wuppertaler SV, sagen wir so. Der Fabian hat sie ganz nach oben geführt in die Bundesliga, und wir schauen uns jetzt an, wie er das Ganze angestellt hat. Hier könnt ihr mal auf die Tabelle der ersten Saison blicken, und ich werde in der Zwischenzeit mal seine Fragen raussuchen. Also, ein Kollege von mir hat mir aus Spaß die Aufgabe gestellt, mit meinem Heimatverein, dem Wuppertaler SV, in die Bundesliga zu kommen, und die habe ich dann angenommen. Finde ich ganz lustig, dass das die Erzählgeschichte dazu ist. Sein Ziel war anfangs in die Bundesliga zu kommen, aber mittlerweile will er mehr als das. Die Finanzen hat er sehr gut hinbekommen. Die Ziele vom Vorstand wurden oft sogar übertroffen, und ein paar gute Spieler hat er für nicht viel Geld bekommen. Das waren so die Dinge, die ihm am besten gelungen sind in dem Safe. In Zukunft würde er gerne besser machen, er würde die eigene Jugend gerne mehr fördern. Kurios in dem Safe Game, in der vierten Saison am letzten Spieltag den Drittliga-Aufstieg gegen Fortuna Köln geschafft. Er musste mit drei Toren Vorsprung gegen sie gewinnen. Okay, das müssen wir uns merken. Ein paar Aufstiege zwischen Liga 2 und 3. Da ich in der Karriere mittlerweile im Jahr 2035 bin, gibt es logischerweise einige Spieler nicht mehr, auch Spieler, die ich mal geholt habe. Deswegen ist es etwas schwierig nachzuvollziehen, wie gut bzw. schlecht manche Spieler waren. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört. Ich glaube, das stört niemanden. Danke mal an dich für das Safe Game. Wir fangen eben, wie gesagt, im ersten Jahr an. Da sehen wir auch einige Zweitmannschaften von Top-Teams. Und er hat begonnen auf Platz 8. Also eigentlich sehr solide. Dann Platz 9. Dann sogar nur an der 14. Das ist auch interessant. Was ich echt cool finde, ist, dass er trotzdem einfach so drangeblieben ist und weitergemacht hat. Weil wenn wir Safe Games herzeigen, dann sind es halt oft Safe Games, wo man dann einen Durchmarsch hat oder sonst irgendwas. Hier sehen wir schon drei Jahre Regionalliga. Und hier hat er den Aufstieg geschafft. Hier sehen wir dann, das muss dieses verrückte Jahr sein. Das werden wir uns dann anschauen. Bei 23, 24 war er dann in der dritten Liga. Da hat er knapp, wow, sehr, sehr knapp, nur den Abstieg verhindern können. Also wir sehen hier gleich viele Punkte sogar. Bessere Tordifferenz. Ja, und auch hier in der dritten Liga unglaublich viele B-Mannschaften. Ich weiß nicht, ob das limitiert ist in Deutschland. In Österreich ist es in der zweiten Liga ja limitiert. Dann sehen wir hier wieder solide nach oben gearbeitet. Platz 12. Dann Platz 4. Platz 5. Und dann der Aufstieg 227, 28 in die zweite Liga. Und da dann auch wieder etabliert. Abgestiegen. Schauen wir uns jetzt kurz nicht an, wenn er direkt hat er wieder den Aufstieg geschafft. Ist wieder abgestiegen. Und hat es dann als Aufsteiger geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Das finde ich eigentlich echt cool, muss ich sagen. Also, dass er auch zwei Abstiege mit seinem Team mitgemacht hat. Und jetzt im ersten Jahr in der Bundesliga hat er sich etabliert. Und da hat er jetzt dann mir den Spielstand geschickt. Also hier sind wir jetzt dann in der neuen Saison. Finde ich schon mal sehr, sehr cool. Also ich finde es jetzt schon sehr interessant. Schauen wir jetzt mal auf. Ich werde da jetzt glaube ich nicht alle Pokale durchgehen. Also wir schauen da einfach grob runter. Hier war im Halbfinale Niederrhein-Pokalschluss. Da im Achtelfinale. So, da in der zweiten Runde. Und jetzt müsste eigentlich das Jahr kommen, wo er am letzten Spieltag hat gesagt, drei Tore Vorsprung oder drei Tore plus hätte er gebraucht. Der hat 5 zu 0 gewonnen und deswegen den Aufstieg noch geschafft. Sensationell. Vor allem, wenn man schaut, dass er so eigentlich auch nicht unbedingt für, dass seine Mannschaft nicht unbedingt bekannt dafür war, Patin hoch zu gewinnen. Also schon ganz witzig, muss ich schon sagen. Sehr kurios auf jeden Fall. Wie sieht es sonst aus mit den Pokalwettbewerben? Hier hat er den Niederrhein-Pokal mal gewonnen. Hier wieder gewonnen. Und da DFB-Pokal, zweite Runde gegen Ingolstadt Schluss. Niederrhein-Pokal wieder gewonnen. Da war in der ersten Runde Schluss. Niederrhein-Pokal wieder gewonnen. Da war dann die Konkurrenz anscheinend nicht mehr sonderlich groß. Wieder erste Runde in DFB-Pokal Schluss. Niederrhein-Pokal wieder gewonnen. Zweite Runde Schluss. Und da hat er jetzt natürlich in der zweiten Bundesliga nicht mehr im Niederrhein-Pokal gespielt. Dann sehen wir hier, erste Runde Schluss. Hier war er dann wieder im Niederrhein-Pokal. Das war nach seinem Abstieg. Den er natürlich dann gleich wieder gewonnen hat. Aber DFB-Pokal war immer relativ früh Schluss. Da war wieder der Aufstieg. Da war wieder der Abstieg. Im Halbfinale des Niederrhein-Pokals gescheitert. Was war denn da los? Erste Runde DFB-Pokal. Erste Runde DFB-Pokal. Also wir sehen, Pokalwettbewerber, Niederrhein-Pokal lag ihm natürlich, weil ab einem gewissen Zeitpunkt war es natürlich klar, dass er da deutlich die beste Mannschaft ist. Aber wir sehen halt auch, dass er in anderen Pokalwettbewerben ordentlich Probleme hatte. Jetzt schauen wir mal die Transfers durch. Die sind jetzt natürlich nicht ganz so spannend. Ganz so spannend, sage ich jetzt mal, weil gerade im ersten Jahr wir jetzt nicht unbedingt viele Spieler bekommen haben, die sonderlich gut sind. oder in den ersten Jahren, sagen wir mal so. Er hat hier viel mit Ablösefreien gearbeitet. Dann haben wir hier immerhin sogar Laien von Eintracht Frankfurt. Ich bin gespannt, wann die ersten Spieler sind, die wir kennen. Gary Noel kenne ich. Der war, glaube ich, falls er es war, der mal in Österreich oder ist sogar Österreicher. Er war, ich glaube, Stürmer bei der Admira. Davide Ita sagt mir auch noch was. Den verwechsel ich, glaube ich, mit dem Gianluca Ita. So, jetzt bin ich einst zu weit zurückgegangen. So, da sehen wir finanziell war jetzt zu weit auch noch nichts drin. Natürlich, eh klar. Da hat er Spieler von den Bayern geliehen. Also, da hat er sich viel mit Laien geholfen. Ich nehme mal an, dass es finanziell alles andere als einfach war. Hier hat er mal Boateng, habe ich gerade gesehen, verkauft für 150.000. Da haben wieder viele von den Bayern geliehen, was sich natürlich super anbietet, weil die haben doch eine hervorragende Jugend. Setzen dann aber doch auch erstaunlich weniger auf die eigene Jugend, sodass du dann normalerweise die Talente ganz gut mit geliehen bekommst. Ja, wirklich kennen, tue ich da trotzdem noch niemanden. Wir sehen, da hat er mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, sogar 18.000. Ich werde die jetzt nicht alle anklicken, weil das würde den Rahmen sprengen, weil wir einfach so weit sind in diesem Safe Game. Aber wir können einfach mal Entwicklungen anschauen. Also, wir sehen hier noch immer viele Ablösefreiheit, dann ein paar kleine Transfersummen. Da sind es dann aber wenig Laien, gerade mal die eine hier. Bisschen was eingenommen. Ich bin vor allem dann gespannt, auch auf diese Jahre hier. So, ob dann wirklich mal, wer kommt, den wir kennen. Also, wenn ihr wen kennt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Matteo Musacchio. Den kennt man, würde ich mal sagen, falls es der ist. Aber ich glaube... So. Marco Hiller von 1860. Sagt mir irgendwie auch was Christian Kinn-Zombie. Jonas Flore von der Eintracht. Also, da sehen wir schon, er hat dann wirklich immer weniger mit Laien gearbeitet, zumindest die Jahre hier. Lloyd Adokufur. Heitich kenne ich, glaube ich auch, oder kommt mir zumindest bekannt vor. So, Schwau Kunja. Da wieder viel Ablösefrei. Einiges von Bremen, äh, von Leverkusen geholt. Schwau Cancelo, Divock Origi. Nicht schlecht. Es waren schon ein paar Bekannte dabei jetzt. Natürlich in einem gewissen Alter, klar. Maximilian Bauer. Niklas Dorsch. Bin mir gespannt auf dieses Jahr hier. Aber auch generell, wenn ihr euch das hier so anschaut, da sehen wir die höchsten Ausgaben. Eigentlich sieht dieses Jahr so krass aus und dabei ist es eigentlich nix. Finanziell gesehen, was für ein Jahr sind wir jetzt? Mal schauen. Aaron Oboku. Stardashov. Manolo weiß ich nicht. Den anderen kenne ich auf jeden Fall. Zumindest zum Teil. Da haben wir den Latif Burateng. 185.000 wieder gut eingenommen. Kone. Irath. Da hat er mal 2 Millionen in die Hand genommen von Wolfsburg B. Sehr gut. Sein Stammkeeper. 22 Jahre jung. Und da hat er vom FC Nantes einen Stürmer geholt. Sehr interessante Werte. Alter Schwede. 4,6 Marktwert. Richtig guter Stürmer. Da hat er 5 Millionen dann eingenommen. Das war dieses Rekordjahr. Patrick Hill. Patrick Hill. Und sonst auch noch einige Ablösesummern dabei hier. Also schon nicht so schlecht. Ich glaube jetzt kennen wir da niemanden mehr. Nizza vom PSG win bekommen. Da hat er dann schon viel im Ausland gescoutet auch. Und da wieder einige Laien. Auch interessant. Am späteren Punkt, dass er dann wieder mit Laien gearbeitet hat. Kann natürlich sein, dass er das gemacht hat, weil er da dann in der Bundesliga Verstärkung gebraucht hat und natürlich nicht viel Geld hatte. Ganz klar. Also das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Jetzt bin ich gespannt, wie er seine Mannschaft an sich so zusammengestellt hat. Also wir sehen, dass er viele auch dann im Ausland gescoutet hat. Ich würde sagen, ein Drittel ist ungefähr deutsch. Dann sehen wir hier zwei Afrikaner, wenn ich jetzt richtig sehe. Zwei Südamerikaner. Der Rest sind Europäer. Wir sehen, dass er eine sehr, sehr junge Mannschaft hat. Das heißt, wenn du die gut zusammenhältst, dann ist auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren was möglich. Aber natürlich ein Riesenproblem. Hier sieht man es. Da sind halt jetzt dann auch einige, die umworben werden. Es sind viele Laien dabei, aber natürlich auch andere Clubs, die wirklich einkaufen wollen. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Weil die Jungs muss dann erstmal zusammenhalten. Leihspieler hat da relativ wenige. Nur diesen einen, den Benjamin Dreher hier. Der ist bei Oberhausen, seinem Partnerklub. U19 hat er keine. Er hat eigentlich gleich, er hat generell sehr, sehr wenige junge Leute. Deswegen glaube ich, kann ich auch verstehen, was er gemeint hat. Kontostand ist jetzt durch die Bundesliga in Ordnung. Wir sehen hier, da war auch noch nicht wirklich viel möglich, um zum Beispiel die Jugendeinrichtungen auszubauen oder sonst was. Jetzt schon langsam mit der Bundesliga wird es. Aber das dauert halt trotzdem noch ein bisschen. Gut, ist in der Verein aufgestellt. Von den Einrichtungen her. Ja, das sehen wir. Das ist eigentlich schon, wenn wir überlegen, dass das zu Beginn eine Regionalliga ist, ist das eigentlich nicht so schlecht. 21.000er Stadion. Stadion am Zoo, das kenne ich sogar. Vom Namen her. Spielt da noch ein Klub, kann das sein? Also, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben oder ich schaue nach. Nein, nur Wuppertal-ASV. So, dann würde ich sagen, ich fahre mal in die Taktik rein. Hier fehlen Flügelspieler. Aufpassen. Nein, also wir sehen hier jetzt natürlich, wieder ein bisschen schwierig, was die Taktik angeht, weil wir im Juli sind. Das heißt, die Verträge sind schon ausgelaufen. Das heißt, da fehlen jetzt natürlich viele Spieler. Viele Lücken, die er wahrscheinlich gerade dabei ist zu schließen oder schließen möchte. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Taktik zu beurteilen. Wir schauen es uns jetzt mal an sich an, anhand der Spielerrollen. Was ich mal sehr interessant finde, ist, dass auf den Flügeln alle Spieler auf Attack sind. Also die Verteidiger auf Angreifen, die Flügelspieler auf Angreifen. Und dass er zusätzlich dann aber zwei Presse in der Stürmer hat, die vorne halt früh drauf gehen. Die hat aber auf Support. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Ansatz. Das habe ich so noch nicht gesehen. Mit Spielen der Torwart passt natürlich zum offensiven System. Zwei Volantes im defensiven Mittelfeld, also Segundo Volante. Unterscheidet sich vom zurückgezogenen Spielmacher darin, dass seine Rolle in erster Linie defensiv ausgerichtet ist und er am besten einen Abräumer als Nebenspieler hat. Auch vom Ballerobernden Mittelfeldspieler unterscheidet er sich, da er oft den Ball in der gegnerischen Hälfte führt oder ohne den Ball nachrückt, ähnlich dem Box-to-Box. Ist eigentlich eine ganz interessante Rolle. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ich habe sehr wenig Erfahrung mit dieser Rolle, deswegen habe ich sie jetzt gerade vorgelesen. Wirklich eine interessante Alternative zu diesem zurückgezogenen Spielmacher, den ich eigentlich immer so gern habe. Ja, wir sehen auf jeden Fall, hier sehen wir es nochmal, wie offensiv er angeht. Er selbst spielt geduldig, versucht das Spiel eher eng zu machen, was ich interessant finde, weil er ja doch ein sehr flügellastiges System hat. Aber das macht natürlich dann auch diese Abstände zwischen den Flügelspielern kleiner, was vielleicht wieder Sinn machen kann, wenn du niemanden hast, der aus dem Zentrum nachrückt. Ja, viel Kreativität, also Austribbeln hat er drin. Sehr aggressiv sehen wir hier natürlich auch. Also er geht viel höher drauf, viel aggressiver. Und spielt auch hier mit einer sehr engen Formation. Finde ich interessant, wirklich interessant. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schauen wir mal auf die Spieler selbst. Also da sehen wir einen 22-jährigen deutschen Keeper, was ich sehr cool finde. Sat Keeper hat da im Moment keinen, so wie es aussieht. Gehen wir die Spieler halt so durch. Da haben wir einen Rotationsspieler, der ist körperlich und mental sehr, sehr gut. Vor allem körperlich sensationell. Technisch so lala. Ja, Kevin Beil. Ja, solide. Also ich muss sagen, wenn das einer deiner Schlüsselspieler ist, dann hast du auf jeden Fall noch viel zu tun, weil dann ist es glaube ich richtig, schwierig die Klasse zu halten. Also so gut ist der Kader jetzt an sich nicht, was jetzt keine Kritik an dir ist. Also nicht falsch verstehen, sondern es zeigt halt einfach, wie schwierig dieser Weg vom Regionalligisten dann in die Bundesliga ist. Und die auch wirklich umzuhalten. Was ich jetzt so sehe, wirkt dein Mittelfeld auf den ersten Blick. Also die beiden wirken schon mal sehr, sehr stark oder etwas stärker. Vor allem ihn finde ich sehr, sehr cool. Der ist sensationell. Also seine Probleme sind vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen, oder schätzen eher defensiv. Den finde ich eigentlich richtig cool. Den würde ich zum Beispiel eher pushen. Super Tacklingwert, mental richtig gut, körperlich gut. Kann auch einen Pass anbringen. Der wäre mir zum Beispiel wahrscheinlich sogar lieber als dieser Kevin Beil. Der auch mental sehr gut ist, aber der ist mir zum Beispiel zu klein für die Innenverteidigung. Dann haben wir einen Todorov, 31-jähriger Bulgare. Merola, sehr guter Stürmer auch. In der Offensive, Respekt. Dann hast du hier noch einen. Sehr solide, auch ein super alter wieder. Die jungen Talente sind echt cool. Da man eine etwas erfahrenerin auf der Position. Mental und körperlich sehr, sehr stark. William Montero. Den Astor Stammspieler finde ich persönlich jetzt nicht so überragend. Ich meine, gut, er ist schnell. Mental ist er in vielen Dingen in Ordnung, aber Konzentration und Stellungsspiel 5, Mood 6. Für einen Flügelspieler, der auf den 1 gegen 1 Situationen gehen muss, finde ich jetzt nicht so überragend. Was hast du da noch? Brian Moyer. Superstar. Alter Schwede, du hast nicht aufgestellt, glaube ich. Der ist richtig gut. Diego, links hinten. Irgendwie taugt mir das mit den Spielerbildern, ehrlich gesagt, echt gar nicht. Ich glaube, dass ich die jetzt wieder entfernen werde. Luca Bianchi. Also diese Region-Spielerbilder, meine ich. Der Belgier gefällt mir auch ganz gut. Der hat einen japanischen Namen und ist, glaube ich, der einzige, der nicht japanisch aussieht. Interessant. Superwerte. Alter Schwede, der gefällt mir richtig gut. Also den zu halten, ist, glaube ich, schwierig. Wir haben das gerade erst von RB Leipzig bekommen. Super Transfer, sogar ablösefrei. Sehr stark. Dann haben wir den hier. Sehr schnell, sehr ausdauernd, aber auch viele Schwachstellen. Dann haben wir da noch einen ganz interessanten aus dem Kosovo. Ja, den kannst du eigentlich ruhig in die Jugend schieben. Alter Schwede, das ist ein geiles Talent. Dola Josef oder Josef. Wahnsinn. Was ist denn den her? Den hast du von deinem Kooperationspartner. Vielleicht hast du da das Vorverkaufsrecht gehabt oder wie auch immer. Richtig cool. Hat sich die Kooperation ja mega gelohnt. Weil ich muss sagen, ich finde diese Kooperationen ja von der Idee her ganz gut. Aber ich habe jetzt selten mal wen rausgekriegt von Kooperationspartnern von schwächeren Klubs, der wirklich gut ist. Alter Schwede, der gefällt mir super. Nicht schlecht soweit. Ja, so sieht es im Moment aus. Jetzt sind wir natürlich nicht ganz so ins Detail gegangen, was Spielerkäufe und Verkäufe angeht. Weil eben einfach durch Regionalliga und durch viele Spieler, die es jetzt nicht mehr gibt, nicht mehr wirklich was zu sehen war. Aber ich finde den Safe richtig geil. Also Fabian, mein Respekt dafür vor allem dieses Durchhaltevermögen. Dass du am Anfang einige Jahre in der dritten Liga warst. Dass du zwei Abstiege hinter dir hast und trotzdem den Klub wieder rauf geführt hast. Mein Respekt an dich ist bisher einer meiner Lieblingssafes, muss ich sagen. Weil ich es einfach cool finde, dass es eine realistische, langsame Entwicklung ist. Und dass man halt sieht, dass jetzt auch noch immer nicht alles perfekt ist. Und das finde ich cool. Also ja, mir gefällt es. Ich bin gespannt, was die Community so meint. Meinungen natürlich gerne in die Kommentare. Und Fragen an den Fabian auch, die wir dann hoffentlich in den Kommentaren beantworten. Ja, dann kann ich euch nur noch einen schönen Sonntag wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei den Let's Plays wieder. Oder nächste Woche natürlich bei den Safe Games. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020